tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen zum allerersten tag der black ops 3 special woche hier im cod monat mai natürlich ist der anton mit dabei jo sklapp leute heute spielen wir requisitenjagd auf hunted genau wir waren nämlich eben auf antons kanal schon requisitenjagd recorded auf jeden fall abchecken der modus ist eigentlich ziemlich cool auch wenn ich zehnmal besser bin als anton also anton ist enz genau hinten dem modus aber kann nix machen im scoreboard war er einmal ich habe es noch nie gesehen dass anton eigen ist einfach auschecken weil ihr seht das ich bin übrigens gegen rewi grad ja und gegen dingens digger arasul digger perfekt so jetzt sind wir erstmal auch anscheinend im jäger modus unterwegs wer hier also gibt hier vier runden also wer drei gewinnt hat hier gewonnen so ist zwar kugeln verfolgen so anton bist du denn schon heiß auf ein paar requisiten ja ich hab wieder auf meine m6 gewechselt digger okay komm let's go digger ich hoffe dass ich jetzt nicht leise bin ist das weil gestern haben wir mein mikrofon ein bisschen rumgedockt dort sowie doktor haus en masse ist nicht lustiger wenn wir zusammen rumlaufen soll ich mal mit dir rumlaufen ja komm lass mal hier runter gehen also wir müssen jetzt gegenstände sucht wer es nicht kennt die hier nicht hingehören und die einfach abschließen lassen dann halt die anderen spieler wir jagen quasi das sieht verdächtig aus der kraft von dieses ding gesehen ich sehe hier die ganzen sache immer zum ersten mal und nächste und wir mit verstecken dran leute das ist können aber gleich kommt das pfeifen ich muss games dann lauter machen bestimmt das pfeifen stimmt das pfeifen stimmt gerade endstom sound turnen ne warte ich habe noch drei sekunden also komm mal mit zum wasserfall ich glaube irgendwie dort wird was sein okay ja stimmt die müssen so ein wasser könnten sich auch gesortet haben wir können auch flashen also das zählt irgendwas hier ja ich habe ich habe ich habe ihn geflasht was war das hier irgendwo aber wo habe ich ihn gewollt denkt das ist er abgehauen ich bin jetzt abgehauen safe sogar er ist ja ist hier noch ich habe ihn ja bin was ich schau mal komm her komm her ich komme jetzt durch den wasserfall gepult er ist im wasser so ein ding ich will dass du ihn abholst er ist hier er ist hier er ist ein gutes move digga da hinter dir hinter dir er hat dich so outmoved digga er ist wieder weg er ist wieder ins wasser digga er ist wieder ins wasser okay ich bleib jetzt draußen und du gehst ins wasser okay komm okay Leute hättet ihr nicht gedacht dass whisker Wasser und Marcel Scorpion auch mal er ist irgendwo oben er hat sich versteckt digga digga er ist die schlauste requisite die wir bis jetzt hatten digga ich hätte ihn schon lange holen können digga aber ich wollte dass du ihn siehst halt digga er hat mich mehr outplayed als wenn es euch auf der map outplayed hat wer uns hat uns nicht so outplayed auf der map nicht scheint hat uns outplayed auf der map das ist ein Dingens oder ein Koffer oder das war so eine komische ich weiß gar nicht er hat hier gepfiffen er ist hier safe im Wasser Tonne digga hier digga oder digga er hat hier gepfiffen ich schwöre wo ist diese abgefuckte requisite du musst im Wasser sein Marcel ich schwöre ich ertrinken gleich das war so ein Komplett so digga wo ist denn das hä aber der Modus ist nice zum aufbärmen ne weil da hat man so die Hand am Controller muss aber nicht tryharden er muss hier sein digga das trink mich ganz schon wieder so hart auf Anton war richtig sauer in der anderen Aufnahme Leute das müsst ihr mal abchecken Leute ich bin richtig sauer geworden diese abgefuckten requisiten alter so er ist hier noch irgendwo digga er ist hier das Pfeifen kommt gleich der letzte Pfiff das war es dann wirklich komplett es muss für Klatsch gehen Marcel Bro er hat sich so gut versteckt das ist warte mal vielleicht ist es ein Wallrun kann es sein warte mal warte warte ich bin so blind digga ich finde es schon wieder nicht digga wo sind die denn ich habe ihn auch ne Köder zerstört schau mal ich hab da geschossen oh Gott ich hab's nie und ich hatte den anderen Koffer eigentlich auch schon weak digga what the fuck okay oh ich bin so endzerblomentauf ich glaub der bleib ich aus ah ja ich seh dich ich seh dich ich bin hinter dir kann man Kantenslide machen damit ich teste das jetzt mal ich find's lustig dass man so befrasten kann mit diesen Gegenständen wenn ich jetzt mit dieser also erstmal schnell oh Marcel ich bin so ein Baumstamm schau mal schau mal hinter dich also du bist doch schau mal ich bin hinter dir ja ich seh dich ich seh dich ähm das Ding ist ich weiß nicht ob die anderen uns jetzt gerade verfolgen können ok jetzt noch oh Gott es läuft schon die Runde scheiße digga ich hab kein Versteck ich schwör ich hab kein Versteck fuck die sehen mich nein ich hab jetzt hier fixiert oh mein Gott ich hab sie all played ich hab jetzt hier fixiert okay ich hab sie all played Marcel echt Digga komm Anton zieh durch oh mein Gott war das noch nie so intensiv oder was ich hab ihn geflasht Digga ich seh ihn so absolut im Kopf oh Gott hier bei mir sind zwei bei mir sind zwei aber hier kann ich auf jeden Fall einmal einmal flashen digga oh mein Gott Digga ich hab die so on played Digga das muss ich eigentlich hochladen nein es war's komplett für mich es war's komplett ich bin so tot Marcel ich bin hier neben dir NEIN du wurdest abgeschossen digga okay ich guck dir zu warte Marcel mein Laufweg ich war ja dort ganz hinten im Spawn die sind ja vor mir gespawnt alle die Gegner du bist diese Pflanze nein ich bin dieser Stein gleich bewegt mich grad du bist auch so unsichtbar digga schau Digga bist unten Digga du bist so ich war genau vor allen sechs Gegner ich war genau vor allen sechs Gegner dann hab ich auf Endern gedrückt und dann war ich auf einmal diese kleine Stein dann bin ich so gewahrridet hab die geflasht alles ich weiß nicht wie er mich sehen konnte vorhin vielleicht hat er mich auch gar nicht gesehen ich glaub ich bin einfach nur nervös manchmal werde ich nervös und flashe dann obwohl es gar keinen Sinn macht schau mal wie er irgendwie vorbei geschwommen ist Digga dich kann man nicht finden ist meine Meinung digga soll ich so ein bisschen reckless gehen und so ein bisschen nein komm lass mal versuchen wir sind eins zum hinten das können wir machen wenn wir einsam dominierend sind ok ok ich kann noch ein paar Köder platzieren schau mal schau mal ein da ist ein Wasser neben dir links warte warte ich muss drehen Digga das Wasser sieht irgendwie so warm und gemütlich aus aus dieser Strömung ich würde da so gerne grad schwimmen digga Bro das ist so geil digga das ist richtig wie therme erdig man ja man Digga du bist so am Digga die können dich da nicht finden ich schwörs dir das geht nicht weißt du was das geile ist normalerweise kann man ja nicht so lange im Wasser sein wo war das wieder jemand neben dir genieße ich's grad richtig so underwater zu sein guck mal er checkt's nicht gut das war's completely alter in deiner Aufnahme bin ich wieder der beste Spieler der Welt bei mir hab ich nicht mal 20 Sekunden überlebt mit dem Gegenstand alter ich hab nur Marcel in meinem Video die ganze Zeit zugeschaut Leute Anton war NC Requisite ich sag das Wort NC jetzt mehr als Alter wie soll man als ob da jemand drauf schießt Digga du bist safe Anton die können dich da nicht finden wie soll das gehen wie soll ich mich zu den anderen Steinen noch bewegen dann ist es noch unauffälliger Digga du hast gepfiffen jetzt soll ich mich da bewegen was sei ich weiß nein nein du bist da bist du auch ein Stein du bist so eine Steinkiste Digga ja das kann ich aber das ist trotzdem gut getarnt weißt du dich mein ja soll ich mich noch bewegen ja so ist eigentlich schon ja Digga also Leute ihr müsst euch horchen die Gegner sehen die natürlich auch nicht mit dieser Aufrandung ja noch 30 Sekunden schau er ist nicht mehr ja er hat eins gechokt ah er hat uns zu hoch geschossen er dachte vielleicht Digga was dachte der teammate jetzt jetzt ist einer über dir Digga du pfeifst aber jetzt doch mal denk dran die hören dich jetzt oh 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 du pfeifst direkt neben ihm aber nicht bewegen nicht bewegen aber mein teammate lebt ja auch noch ja ihr habt es eigentlich ihr habt 10 Sekunden was ist er für ein Gegenstand er ist ein Schild er ist tot er wurde gekickt oh mein Gott Anton 5 Sekunden wenn mir das ist noch choken nein nicht mach voll röst Digga der Stein ist noch sehr gut Digga wir steigen bei Enz am schwimmen ich hab da oben ein Häuschen eingesehen in diesem Mainhaus wo wo ihr das Tobi vorkassiert habt hatte irgendwie war danke das kenn ich doch absolut auswendig ich hab auch einen einer ist im Wasser ich hab ihn Arasol ich hab ihn also irgendwo eine Kiste du hast Arasol geholt ja ja wo ist diese Kiste Digga hat Arasol sich eigentlich schon mal in echt gezeigt ja ja klar ich hab irgendwie kein Bild vor Augen ah er ist hier irgendwo Marcel Digga was ist das für ein auffälliger Modus Digga was ist das für ein auffälliger Modus ok wo ist dieser Käfig her die waren drei Köder auf einem Haufen das war das schlechte ok hier sind drei Baumstämmen ich mach die ganzen Köder jetzt einfach kaputt Digga hier sind so viele Köder Anton die haben alle ich mach so viele Punkte nur wegen denen Digga ok ein Baumstamm ich bin ganz klein Digga ok da hab ich einen das war das schlechte aller Zeiten ähm ein Baumstamm ist auf jeden Fall einer und so ein großer Käfig also ends der schmale Baumstamm Digga what the fuck war das das schon immer? ok what the fuck ja wo ist dieser Baumstamm ich such halt grad wieder main house ist auch noch irgendwo eine aus ok und 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 ja genau eine Kiste eine Kiste ich weiß jetzt alle Gegenstände eine Kiste im Käfig im Baumstamm na du bist hier ok Kist den Käfig ist da oben hier irgendwann Marcel er ist hier irgendwo Digga aber wo? vielleicht im Wasser noch ich schau mal kurz ich guck auch im Wasser ja einen haben wir einen haben wir nice war er im Wasser? ey schau mal hier sind so Fische hast du hier jemals schon mal gesehen dass hier so Fische sind? ja ja klar klar kennst du diese blauen Fische ja also einer ist ein Baumstamm Anton oder die haben den schon können wir mal direkt graben für Montes Aquarium hat er sich jetzt neu gegönnt G-Shit für gönnen Antonio wo ist denn hier Kollege what the fuck man ich versuch jetzt hier schon Bro Bro es ist vielleicht an der Außenwand oder so ja diese ganzen man muss er ist hier direkt irgendwo Digga aber ich ich im Mainhaus meinst du? ja hier das Kip kam ja endzweit entfernt vor meinst du echt? ich weiß noch hier eine Flash rein warte kein Hintmarker stimmt man kann hier hast du hier ein Fleisch gerade reingeworfen? hier vielleicht in dem Wasser ich hörs rechts von mir irgendwo ja das war hier oben ne komm Anton oh Gott Digga wir müssen noch zwei holen wir müssen endzklatsch hast du hier schon mal eine Flash reingeworfen in den Raum? ja ja hab ich schon Digga wo sind die denn? Alter die verstecken sich echt gut ne ich rass gleich aus man Digga 50 Sekunden oh die Map ist auch riesig ne jetzt die Chance dass die Requisiten gewinnen auch viel höher alle drehen durch jetzt ich kann niemanden anhitten das war's komplett Mann Alter was war er denn? jetzt kommt wieder Revy nein er war echt die ganze Zeit er war nein Digga what wie gruselig ist das denn alter ich hab da sogar drauf geguckt Marcel ne what the fuck alter aber ich hab das nicht abgeschossen ich hab da aber reingeflasht er war so gut getarnt ich bin so ein Felsen Digga meins ist viel zu offensichtlich ne jetzt bin ich so ne Tafel komm ich er noch mal oh nein Digga was bist du? bist du der Kopf? nein nein ich bin so ne abgefuckte Wand lol lol ich bin ich bin Schweinshaxen Digga warte zeig mal warte ich komm dir hinterher Digga du bist ein Schweinsgesicht Digga what the fuck Digga gruselig zu easy an dieser Stelle Digga ich bin so ein hartes Schwein Digga hier ist so offensichtlich man es sieht schon legit aus aber es ist schon deutlich dass es dir nicht hingehört hier ist noch einer der kommt auch zu mir Digga wir sind auf einem Haufen Digga ey Digga guck mir zu ich bin so ein Schweinshaxen ey Digga guck mir zu ich bin so ein Schweinshaxen okay warte Digga du bist so offensichtlich aber 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 neben mir sind auch solche Dinger du musst wenn dir mitgehen du musst symmetrisch aussehen so über diesen Menschenkopf müsstest du hingehen über diesen Menschenkopf? ja über diesen Menschenkopf? ja da ja das ist besser das ist ja 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 nein dreh wieder vernünftig ja nein Digga du warst nicht Mann Digga weil ich ja aber ne er war eh schon hinter mir er hat mich eh genau gesehen Digga ich hätte mal bleiben so Marcel welche Tonne bist du denn? ach diese gelbe? ja ja ich bin auch eine gelbe Tonne Digga wir sind so ein bisschen blüder ja dann lass zusammen sorten lass uns nicht verändern warum? nein das hast du hier ist auch eine gelbe Tonne lol lass mal so ends die 2 Tonnen sein warte das ist so offensichtlich ja komm doch mit Marcel ja wohin aber wir haben noch ein paar Sekunden Digga es läuft schon die Runde die sind doch eh anderseitig gespawnt ja wow Digga Digga die kommen uns jetzt safe entgegen Alter Digga was denn? wo bist du kommt? hinter dir schau mal alle sind hinter uns die rushen alle komplett wow Digga die sind alle neben uns ich glaub es sind Abonnenten die uns erkannt haben ehrlich zu sein ja Digga das war's komplett wir sind so toll Digga ich werd die alle so flashen gleich der Typ checkt gar nicht ich flash ihn ich hab ihn geflasht ich flash ihn auch weg andere Richtung andere Richtung andere Richtung ich bin mit dir ich bin Fahrrad ich bin Fahrrad warte ich wurde geflasht nein ich hab's überlebt ich bin so ein Fahrrad Anton nein ich wurde getötet ich bin so ein Fahrrad Digga hast du gechanged oder was? ja guck mal guck mal ich guck dir zu guck mal wow what the fuck Digga Digga das sieht so legend aus das Fahrrad Digga du hast sogar ein Gepäckträger Digga du hast sogar ein Gepäckträger Digga nicht bitte nicht oh mein Gott geh in die Luft Marcel und mach R1 warte 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 kurz hier kurz hier kurz hier oh das ist auch gut ist auch gut wenn nicht dann kleb dich so an die Wand Digga du rastest gleich hoch wenn der gleich vorbeiläuft da würde ich jetzt eh nicht entdecken ja mal lass ihn vorbeilaufen warte mal ich guck hinter dir Digga das ist das größte andere Lähenschub meines Lebens das ist zu offensichtlich wenn das Digga hat das gecheckt wenn er das war es glaube ich oh ich hab so am Limit gelebt hast du es gesehen? ja 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 schau mal der eine teammate von uns der saß mit dem im Fight Digga du bist letzter Marcel du musst gleich abhauen von dir ja geh hier an die Wand R1 dreh dich was denn dreh dich Dreh dich ich muss so Digga anders gehts nicht ja ja das geht nicht anders Digga Digga das ist so auffällig der ist so behindert guck mal Digga hast du behindert? der Cowboy Digga mit seinem Hut ich pfeife jetzt gleich das war's dann nein wow du hast ihn so outplayed geh hier drunter unter das Auto ja man oder so Marcel wenn du das holst das geht nicht das geht nicht 1 Minute 26 noch Digga das kann ich nicht holen Digga ich würde kurz vorm Pfeifen würde ich mich nochmal wegbewegen das ist deine einzige Chance oder? sonst werden die doch gleich oh fuck scheiße nein 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 Digga nein nein oh mein Gott nein was ist das Digga das ist doch unmöglich grad das gibt's nicht nein nein er hat dich so angeschaut Digga Digga was war das? ich hab so einem Toten ins Auge geblickt die wissen das ich hier bin alle ja das war oooh Arasolen oh Digga wie knapp war das ich hoffe es wäre wirklich Arasolen vielleicht machen die ja Requisitenjagtvideos das wäre so witzig ok also Leute das war ja grad schon mal Struggle hoch 10 was hast du denn da? warum bist du so markiert? ich hab hier man kann so machen hier drüben ach hier ah ok Digga der Modus macht schon Endspark jetzt mittlerweile wenn man sich daran gewöhnt hat übelst nice ah hier links Backred ist irgendwo was? ja boah hier sind richtig viele wo ist der Backred? ich hab ich ah Köder ok einer ist so ne ok ich hab zwei Köder was ist der was ist der so ne rote box so ne rote box rote box rote box rote box ok er muss hier irgendwo sein als ob hier nicht irgendwer Digga das ist halt aha ich hab zwei Köder zerstellt noch so ne normaler Karton Digga alle 6 leben noch Anton warte mal das kann nicht sein Digga wie geht das dass alle 6 noch leben ich höre nicht nach er ist direkt in ah ich hab ich hab ich hab einen ok sauber sauber aber so ist weg Digga das ist so ein warum tryharden die so? Digga was? so ne rote box Marcel ja ja ich weiß und nen Karton das ist ein Köder oder? oh mein Gott ich wurde hier glaub ich geflatet ja diese Köder nerven auch ernst Digga ich stell nie einen auf und das ist dann keiner alles klar ok Digga was ist das? Digga einer ist direkt irgendwo bei mir Digga ich seh ihn nicht Marcel er ist hier in red Anton ich komm nicht klar ne ich find keinen aber requisite zu sein ist auch viel geiler ah ich hab gleich einen ja ich hab einen das Fahrrad Digga nice noch ein Köder diese rote box man ist die noch am Leben? warte chill 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 die rote box die rote box ok alle müssen auf der anseite alle müssen bei dir sein die sind auch alle bei mir Digga rechts links komm schon ja eine minuut noch vier stück Digga die sind alle hier du Digga was ist das? du Digga was ist das? du Digga was ist das? er muss in red sein er muss in red sein ist hier aber nicht der hochgeglitscht oder? diesen Spot den ich mal damals rausgefunden hab ist ja krass er ist hier irgendwo Digga er muss hier sein Digga ich verstehs nicht Marcel ne? wir auch nicht ich bin kurz vor einem Bootanfall Mann Digga Hauptsache drei Gegner noch Digga drei wir sind Ends am Choken ah hier ist eins aber das ja wow das war so ein Rohr Digga was Digga aber wer das gefunden hätte wenn man eine große Requisite ist dann kriegt man die ganze Zeit so einen extra Spielbonus oh ich hab ein gutes Versteck ich hab echt gutes Versteck echt? ja noch fünf Leben das ist gut Anton jetzt bin ich aber tot also wenn er mich jetzt nicht tötet dann weiß ich es nicht es geht nicht offensichtlicher es geht nicht offensichtlicher es geht nicht offensichtlicher er tötet mich nicht Digga wie geht das Digga ich bin so offensichtlich es geht nicht offensichtlicher ich bin so hart in so einen kleinen Spalt reingeslidet mit meiner Tonne ich bin abgenommen ich bin reingelaufen in ihn Digga oh nein ich guck es dir jetzt an ja Digga offensichtlicher hätte ich es nicht machen können ich guck dir jetzt zu ach sag guck mal das ist wie so maßgeschneidert hier ja Digga das ist endperfekt Digga Digga das wird keiner merken ich schwörs die Bett da ja außer die hören halt das Pfeifen dann haben wir eine Holzwand und die Toilette wird jetzt getötet Z Prime try hard zu viel Digga er hat ihn so outplayed Anton Digga er hat ihn so outplayed Digga er hat ihn so outplayed wirklich noch nicht zu viel warum machst du so Risiko er war doch neben dir Marcel deswegen er hat mich sogar geflasht er hat mich sogar geflasht er hat sogar der eine der noch lebt hat V96 B im Klaren Tag Digga Z Prime wie konnte er das überleben ich brauch Hilfe wie soll ich dir helfen Digga gut Digga wie kann Z Prime noch leben schau ich mich mal heute oh Gott er geht da in die Ecke ja das ist gut ja da ist gut wenn ich wenn ich 1v1 bin ah nein fuck wir müssen ja die Runde gewinnen wir müssen gewinnen wie kann Z Prime so try hard Digga weißt du er bewegt sich die ganze Zeit ein Pro Zocker bewegt sich gar nicht soll ich mal Risiken gehen ja wir schaffen das schon oh oh mein Barsterlack Digga ja du hast überlebt hier ist ein Fahrrad ok ich ne gelbe Leiter ist auf jeden Fall ok ein Fahrrad ist ein Fahrrad ist hier irgendwo Digga das ist auch einer hier ok nice Digga man kann hier so die Kills klauen das ist nicht mehr normal ne ich hab zwei Digga ein Fahrrad und ne gelbe Leiter Digga hast du schon ein Fahrrad ne 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 so ein gelber Klotz fehlt noch wobei wir wissen sie ich glaub die Köhler bleiben auch stehen wenn die schon sterben weißt du ah ja stimmt ne deswegen weiß man es nicht genau Digga das Fahrrad hast du schon gekillt nein nein hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht ah die können ja auch wechseln fällt mir grad auf die können ja auch andere Köder legen weißt du oh stimmt ja das hab ich ja ganz vergessen da gibt Enz die smarten Typen hier ich muss auch mehr mit Ködern arbeiten Digga ich mach nie einen Köder einer Trax hat er gepfiffen ich hab mich platzieren mal die Köder die ich auch letztendlich bin Digga ich auch Digga das ist richtig dumm wo sind die man ok noch zwei noch zwei still kurz wegen dem Pfiff ich hab keinen geflasht ok hier in White ist anscheinend nichts ich hab hier links irgendwas gehört bei mir hat gar nichts gepfiffen bei mir ist irgendwas in der Nähe Digga bei Schienchenhuren oder so du hast aber gesagt ich hab deine Mutter will vom Hähnchen überfahren und hast dafür verhält kommen und es kassiert ja absolut das war es kassierbar als Lebens hä ich hab ihn fast boosten hören was wir nicht hätte boosten dürfen die Decken muss man ja auch immer abchecken man ach komm Marcel 1 Minute 20 noch das musst du schaffen jetzt guck mal nach oben guck mal nach oben Pfiff kommt gleich ich schieß doch auf so Gegenstände die hundertprozentig keine Requisiten sein können Digga und ich schieß trotzdem auf sie einfach so aus Prinzip ich wurde geflasht in bottom white bottom white bottom white ok komm her ist er abgehauen hast du es gesehen ist schwierig zu sagen Digga ja also da geblieben ist er glaub ich nicht ich guck mal Scheune wenn er schlau ist dann ist er Scheune gegangen weil frag man wir müssen uns beeilen Digga wo ist er denn Digga sich zu bewegen ist ja viel Spaß Mann ich bleib noch kurz in white drin also ein Pfiff kommt noch ein Pfiff ja ich bleib wieder in white drin ich hab nichts gehört doch hier rechts ja der muss hier hinten irgendwo sein ja wir haben ihn aber noch 8 Sekunden für den letzten er schaffts nein wir schaffen es nicht eine Runde hier zu gewinnen Digga ey wo ist der jetzt Digga ja er hat null Tode Digga er ist der beste Requisite der Welt Revi Revi Digga Digga warte mal wo ist er ich seh ihn nicht was ist er denn was war er denn ich seh ihn nicht er war so ein Tisch Digga nein Digga auuuu oh mein Gott alter ich war bei Red ich hab da keinen Pfiff gehört Anton ach wir schaffst den Digga das war's komplett oder also Leute der Modus macht auf jeden Fall richtig Spaß müsst den auf jeden Fall auch mal spielen ich weiß nicht ob der jetzt noch da ist wenn das Video online kommt falls nicht dann tut es mir natürlich leid wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder haut rein hast du diese Jackpair jetzt gesehen ja Digga ich hab nie so viel Angst gehabt haut rein ciao ciao aus Dos